Ludwigshafen, das ist meine Stadt. Hier wohne ich. In diesem Haus, Pfalzgrafenstraße 67, zusammen mit meiner Schwester und meinen Eltern. Und das Gebäude kennt ihr vielleicht auch, mein Gymnasium. Ich heiße übrigens Ursula Michel. Ich bin gerade 15 geworden, gehe zur Schule und wenn ich Zeit habe, schwimme ich gern im Rhein. Also, ein ganz normaler Alltag eigentlich. Zumindest war das bis letzten Mittwoch so. Und das Thema, über das wir momentan am meisten sprechen, Kindertransporte. Ich soll weg von zu Hause. Nach England. Allein. Es ist der 25. August 39. Meinen 16. Geburtstag werde ich also in England feiern. Warum muss ich weg von zu Hause? Ich darf auch nicht viel mitnehmen. Ein Handgepäck, ein Foto und zehn Reichsmark. Nur das Nötigste. Meine Eltern dürfen nicht einmal mit auf dem Bahnsteig. Polizisten verhindern das. Ein letzter Blick. Gedränge. Ich fahre los. Anfeinigung. Untertitelung des ZDF, 2020